hier war doch jetzt die nächste Masse, wenn ich das Boot schon sehe wir haben hier nach jedem Boot gewischt schon hier ist es cool Auf geht's dann, ne? Danke. Zeit nass zu werden. Oh Junge, da vorne. Ah. Wie viele Liter stehen denn hier in dem Boot drin, ey? Das Ding war doch jetzt arschlass, ey. Mal gucken. Oh, es kommt ja jetzt schon rein. Okay, ich weiß, was sie meint mit kräftiger Ruhm. Die wichtige Frage ist, bin ich halbwegs sicher hier hinten? Oder brauche ich mich heute nicht mehr in Wurschtung? Oh Mann. Ich brauche mich nicht mehr los. Fortfahren war gar nichts. Die war trocken. Die hier nicht. Das ist klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017